Guten Tag zu TTT Wir haben hier ein tolles Spiel mit einer Menge tollen Menschen Wir spielen auf Skala und ich werde sofort angeschossen Okay, und wir haben Andy, warst du das? Keine Ahnung Ja genau, ich werde uns hier einsperren Das mache ich gerne Ich mache mal ganz den Fass weg Wird sofort angeschossen von irgendjemandem Du bist auch Rolity, warum machst du es dann? Echse ist es, Echse, Echse Ich bin nicht Ich habe den DT nicht mal gesehen, bist du ja Äh, ja Der DT wäre auch ganz nett Um mich mal zu heilen Maybe Maybe To be do and to be die To heal me maybe To heal me? Oh mein Gott, zu tun Ja, aber glaube ich, DT ist tot Serviert DT ist tot Hallo Andy Ah, bin ich bescheuert eigentlich? Ja Oh, kann ich hier gerne behandeln Ich habe einen Autosniper Von wo? Rack Hm, drei Schuss Ach man Ich muss klären Wie bist du zur Hölle, bist du da hochgekommen, du warst im Kran oben oder nicht? Wo ist denn mein scheiß Traitor-Kollege? Er war in dem Kran drin, bei mir war... Ich war im Kran Ich war im Kran Ach, ex-traitor-Kollege Ich war ein Punkt im Kran drin, deswegen habe ich vermutet, dass wir ihn noch getötet Den Kran und Typ hier hat er euch getötet Nee, ich war im Kran, das war ich Ich war die ganze Zeit da oben und hab zugeschaut, wie du da russleifst Ach, ich hab die ganze Zeit auf den Radarpunkt im Kran geachtet, aber da war wann war... Ja, das nennt man mal Fehlplanung Ah Genau Typischer Satz Mit X X genau so wollte man es denn nicht irgendwie gerade ein Stress hat, was sie gerade überschauen sollte Alles gut, oh nee Wir lassen es nicht schließen, was hat alles gut Nee, den kann man uns auch nicht verstehen Ich wollte gerade nen Mathe-Witz bringen, aber... Oh nee Halt die Fresse Ja, das Ding ist einfach, dazu muss man... Nein, halt einfach die Fresse In unserem Mathe-Kurs gewesen sein Doch Wo es wann war, wo es wann war Nein, Andi, nein Doch Der nimmt Feuer nach Alter Es leckt grad wie Scheiße Ey Ich hab dich beschossen Ja, töte Andi Es leckt wie Scheiße Andi hat dich angeschossen Nein, mach ihn nicht, für Andi töten Beschädige ihn, beschädige ihn nur Das ist gut, das ist gut, ich bin stolz auf dich Das ist jetzt Half-Life Ich bin einfach auch Half-Life Eins oder zwei Irgendjemand schießt, das stimmt Einer hat gesnipert Oh Einer hat gesnipert Oh, ein Schiff ist extra Ja, extra Ey, ich bin da auf dem Schiff, ich hab ne Sword auf Ich werde angeschossen, Andi Ja, ich kann doch nicht führen, du stellst noch meinen Weg Hm Ja, genau Hm, hm Der wurde weg gesnipert Ja, das war ich Aha Aha Oh, mein Spiel hat sich geschnitiert Okay Okay Ich bin jetzt abgestürzt Nein, ähm Kannst du mir das Wow Callen Äh, Exe Okay Ach man Wo ist der? Irgendwie im Proven in uns zu töten macht jetzt nicht so viel Sinn Hm 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 Ich war das übrigens der dich angeschossen hat, Goom Ja, das weiß ich Aber das war kein Sniper Ganz ehrlich, wann war Äh, Exe Der wird manchmal auch nie überlegen dann Das Hälst noch Proven, aber der hat sich noch nicht mitgekriegt Hm Gut erkannt Ich sag euch auch nicht, womit ich geschossen hab, damit's Etwas mehr geheim bleibt Oh Diegel Ne, es war keine Diegel Das muss ich ehrlich gesagt Stimmt, stimmt, stimmt Äh, man kann es nicht in der Folge nachgucken Da schwärzt du die Waffe aus Ja Richtig Inklusive der Sound Nein, damit ihr es jetzt nicht rauskriegt In den Runden Ach, damit wir die Folge gucken müssen Was für mich Lass sie nicht gucken Ihr müsst nicht Ich will nur nicht, dass es in der Aufnahme Also während der Runden Während der Runden Während der Runden ja rausfindet, wo mich geschossen hab Exe ist wie eine Frau Die versuchen auch immer geheimnisvoll zu sein Ja Hm Es ist das Unbekannte, das reizt Doch wenn das Unbekannte bekannt ist Dann ist es das Besondere, das reizt Hallo Grievous, hallo Andi Ey Warst du wo Grievous? Irgendjemand wollte mich gerade beim Philosophieren töten Oh Alter, da ist noch jemand, da ist noch jemand Beim Philosophieren töten Achter Nete Achter Nete So Scheiße Ist ja gut bei dir Ey, ich hab ne Crowbar Crowbar? What? Was denn Nöte? Ne Crowbar? Daher Tja Friendship Das sind Admin und YouTube Partner Rechner Oh, die Notlicht 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 Nebenbei, Grievous schießt die ganze Zeit irgendwas Naja Ist gar nicht Der ist es Eindeutig Huch Irgendjemand will hier ein Friendship machen Ja, ja, Grievous ist es Lügt doch nicht Ohohohohoho Sind da jetzt zwei Leute reingelaufen? Fuck Ich gucke doch mal, ob ich ne falsche Waffe habe vielleicht Oh, wie viel Frist dich ist das Arschloch Kann mir eigentlich eine sagen, warum hier ein Behindertenparkplatz ist? Ist das extra damit, dass dafür, dass die Leute hier die Behinderten ins Meer fahren sollen? Ja Ups Was? Ich hab das nicht verworren können Na gut, das ist ne... Oh, auf Gottes Willen Also die ganze Friendship-Teile da haben sie schon... Ohohohohoh Da würde ich immer gerne mitfahren Hm Mhm Mhm Hup Hup Wo seid ihr denn? Weißt du was blödes? Was denn? Es ist jetzt die perfekte Zeit, um ne Geschichte zu erzählen, aber jetzt fällt mir keiner ein um wir sind sehr traurig aktiv ist es wo er geht es ist dahinten bei diesen lager krähen nur ein doch vor Ort die Kräne ja da hinten bei ihm da du meinst ja 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 verladen Rampel da da das denn nebenbei und da jemand von der löser macht mir Angst wenn du mich anschießt das ist natürlich schon blöd mach mal ihren Geräusch wenn du stirbst damit ich das weiß kann wenn das aufhört dann weißt du es ja gut die Wette gegen den Sniper ist auch nicht mehr der ist auch nicht mehr der wow ja genau lebst du noch gut ja ich hab ein Geräusch gemacht sagen wir es mal so ja ok hättest du eigentlich bemerken müssen du musst irgendwie so ein Geräusch machen ich find das so lustig wenn man diesen Sound in Filmen hört wie hieß der nochmal? Wilhelm Scream ja genau ich weiß gar nicht von welchem der original ist es ist das Palpen Scream kann ist er da noch? weiß er nicht steck dich einfach oh schade verpasst ich bin hier nicht Sniper auf der Map das ist so ätzend aber Grievous dein Headshot mit der Winchester der war nice im LKW du hast der Drummer glaube ich einen Headshot gegeben oder? und Andi auch glaube ich naja ich hab mich ewig mit dem hier rumgelegt ich glaube ich weiß warum das hier so komische Lenk der hat übelst viel gefremdet aber nicht Snail war der andere oder? weil da vorne diese Tafel im Internet ist du warst der andere Trader oder? ja 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 wurde gekillt vom Traterconi nehm ich auf immer mal auf Internetseiten das ist richtig nervig bist du ja echt eine Friendship gelaufen oder was? ja oh neee hier da jetzt auf ne Internetseite hä? ich hab keine Internetseite offen ja hier in auf der Map hä? ist er gewechselt ja doch hier ist der Anzeigetafel jemand ist hier da ist die Werbung von den Erstellern kannst dir ja seinen YouTube-Kanal angucken du warst doch klar dass du wieder hier oben bist Grievous ja und? hast du grad einen Silent Sniper? oder was? ach Andi? wenn du willst kannst du mich Golden Deaglen oder töten ach so das ist das Problem ist halt einfach dass du nur noch einen Skinner-Style erkennt man sich selbst was soll ich? wen soll ich umbringen? ja packen alle Waffen im Bauch um ach hier nimm HENG um Gottes Willen HENG oh Gott ich bin HENG 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 du bist noch umfasst ich versuch's zu treffen mit der Deagel Danke mir geht's gut hinterm Schild ist eins es freut mich es ist kein Explosives es ist kein Explosives es ist kein Explosives hast du gehört aus der Sniper anzusehen hey! Sniper schieß auf mich da hinten ein Schild ja ja ich seh den ich seh da nur Drummer ich seh hier grad niemanden wo? ich seh da auch keinen aus der Drummer ok er ist tot äh Grievous ist tot er ist ne wenn er es gerufen hat ok ich such ihn G3SG1 wurde er getötet ja schmeiß mal runter schmeiß mal runter Echse die Autosniper? nein den Grievous ach den Grievous ja gut hier warte wow ach ne der fliegt nicht ich werd auch nie mitgesnipert ja ja schmeiß mal hier bei den LKW hin ich hab win das ist jetzt scheiße ja schon ne so jetzt ist mal ne höheren Spot suchen ich schien ja auf LKW lol das ist ja mal voll krass scheiße Goom lebt nur noch oder was? nö ne SNAE ja du und SNAE hey ja also du mach ich SNAE weg oder wie? weißt du was lustig war? du hast dich eigentlich schon äh hinter dem Teil versteckt oder innen Laster fuck und ich hab dich einfach aus der Entfernung gerade schon gesehen ah man wieso Wallhack aha aha schmeißt ihn von der Seite schmeißt ihn runter ich weiß noch runter weil das geilste war Grevis äh bleibt stehen ich gebe den Header au der fällt nicht um ne dann steh ich nochmal auf den und dann so auf mich wird geschossen Mama SNAE Jesus aber was war gut dass du SNAE gerufen hast ja stimmt ja auch SNAE ja ne ja ne ja ja dann hab ich mir gedacht hol ich mich mit dem hinterm Baum oh so leicht der war noch warm mhm 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 beschütze dich Herr detektiv ich weiß dass du hier bist irren Mann geht auf n kranken J also auf den Kran auf den Kran und irgendjemand hat's verkackt Bann war er wahrscheinlich doch, doch Ah, Randy ist diesmal hier oben, wir haben Büls hier oben erwartet Will, war's wahr, ist die Frage? Äh, Inno, ich hab Büls hier oben erwartet Äh, wo willst du rüberhören? Der ist Inno erwartet, der ist auf dem Schiff Lauf hier nicht so auffällig vor Er ist ja hier Detective Warte mal, ist jetzt jemand außer Snake tot? Äh, nein, ich glaub nicht Keine Ahnung Boom Ich lebe noch Boom, lebe! Drummer, lebe mal am besten Snake wieder Falls er denn schon weiß, was da los ist Ja, wo ist ein Snake? Äh, der ist vom Kran runtergefallen Ich hab, wenn du weiter die Leiter hochgehst Andy, hast du besnipert? Ja, hast du gesehen? Achso, 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 du bist das Äh, Snake liegt hier oben Einmal weg Ja, ja, ne, keine, hab ich ja nichts dagegen Wenn ich sterbe Wow Ihr habt's gekocht So, belebe ihn wieder am besten Wenn, er stirbt, ist wahrscheinlich Andy 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 Andy, ja Ja, ich hab keine Angst vor dir Du hast keinen Ehem Andy Traitor Das war dumm, Alter Andy Traitor Scream is Traitor Oh mein Gott Hallo Was heißt dann Ja? Nee, Existraitor Mensch, kriegst du das echt nie mit? Das hab ich ja auch nicht mitbekommen Aber irgendjemand will mir ein Friendship machen Was, Johnny Sota? Leider ist er halt echt zu schlecht, Grievous, ne? Johanni ist jetzt nicht mehr auf dem Server Ähm Tja Ähm Ist es getroffen worden? Nein Ach, Grievous Oh mein Gott Du weißt, dass ich die schlechtere Waffe hab Was war denn, wir lebt noch? Hab ich dir die vor uns zugesniped? Hast du dich wohl leben lassen? Was ist denn hier los? Ach guck, wie wär's, du hättest mich doch vor Stunden hier töten können Ja, chill Hm Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Das muss ich Pluck Ich krieg da keine Kredits raus Jeits Nice Oh ne, wir können ja nicht schießen Ich bin ne RTL Schlampe Warte RTL Ist besser als dein RTL Ist besser als dein RTL Ich sage nur Mein RTL Ist besser als deins Warte mal komm mal raus Ich schieß das nicht mit, dass noch nicht war Tatsächlich Ich glaub dir Ich glaub dir auch sehr Nein, ist wirklich so Hm Das ist Science Crossbow Ich bin schon Ey Genauso wie ich kein Traitor bin, ne? Komm mal raus Du bist doch kein Traitor Oh Gott, das ist nicht Ich dachte, hier steht jemand Andy, wo bist du, ey? Ich? Ich bleib hier hin und snipe, bis der Runde vorkommt Achso, ja, ok, mach das Das habe ich gesehen Ich hab irgendwie Sorge So, okay, das ist so ein Fluss, ne? Das ist mehr Bach eigentlich, aber So, bin ich auch immer drüber gefahren Irgendwie, jeder fliegt jetzt hier rum, oder was? Ja, auch Fische Kann man das aufmachen, na schade Und drei Wirbel Ich hab Milizieren Ich hab Milizieren Ähm Aufschießen Bäh 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 Ähm Oh, wo ist das geht? Ich sag, ob ich ein Science Crossbow Jaaa. Aber das witzige ist, wie Andi die ganze Wand mal hinterher geschlichen ist. Bist du da nicht reingekommen? Warum hast du nichts gemacht, Andi? Andi hat die Tür geöffnet, glaube ich. Ja, jetzt hat er nichts gebracht. So, direkt. Ich dachte ja zuerst, dass da jemand drin wäre, weil Andi die Tür geöffnet hat. Ich frag mich trotzdem, ist das nicht ein Traitor-Raum? Ja, das ist ein Traitor-Raum, wo du gerade drin warst. Das hast du gut erkannt. Ja, aber welchen Sinn hatte das? Wo bist du da reingekommen? Weil ich wollte gerade ihn auf die RTL-Schlampe machen und dir ein Baby in die Fresse schießen. Okay. Hier rede ich doch gar keine Andi. Wie weiss, willst du mir vielleicht die Sniper geben? Nö. Versuch was wieder. Du weisst, dass das ein Grund ist, dass Gum dich gleich totet, ne? Ja, kann er machen. Ja. Das ist schon ein bisschen doof von dir. Oh, okay, die Fässer sind weg. Sind sie das? Oder sind sie an einem anderen Ort? Bei einem besseren Ort, ne? Guck mal hier, wenn ich jetzt das hier reinwerf, ne? Explodiert gleich was. Oh, da ist ein Fass. Alter, das geht nicht hoch. Was willst du dir einwerfen? Ja. Warte mal. Fass auf jetzt. Na? Hi. Wie geht's heute? Geh weg von mir. Ich mach dir nix. Na ja, du noch nicht. Gib dir nur ein freundschaftliches High-Five. Da kannst du dir freundschaftliche Arschlecken hoch. Oh. Ist aber nicht so nett. Ist aber unfreundlich. Ich. Ja, eben. Ich mach dir doch nix. 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 Hey. Psch, 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 psch. Alles gut. Wo ist das? Nein! Nein! Oh, der schießt auf mich. Nein, komm! Hallo? Fuck! Exe! Ah, Andy. Und Snail, Exe und Snail anschein. Ich dachte, er hat schon Grievous. Ach, ne. Schein nicht. Grievous, bist du es doch nicht? Grievous, bist du es doch nicht? Nein, ich bin es nicht. Wann sollt ich sein? Wenn du auf mich geschossen hast? Nein, nein, Vorsicht! Nein! Stellt die Schüsse ein. Wir wollen hier keine Kriegshandlung in diesem Spiel. Nein, ich finde es nicht. Glaub das mir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wer ist tot? Oh, nice. Da, ah, wunder. Haben wir zwei Traitern. Äh, ja, da. So, Goom. Hm? Goom, du gehst jetzt oben auf das Gitter und schmeißt mir Exe runter. Mach ich. Sei jetzt inno? Komm. Aha. Gut erkannt. Gum. 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 Ja, das ist nicht schlimm. Ähm. Ähm. Ey, ich hatte VSS Silent. Woher habe ich die denn bekommen? Ah. Äh, drumhör mit der Zauber. Ja, nun sag doch mal. Oh! Oh! Ja, klar. Hat er sich gerade selbst? Ja. Wie wüsst, das war ein volles Opfer von dir. Oh! Und ich habe nur auf dich geschossen, weil ich von da oben mit meiner Waffe runtergeschossen habe. Und Snail ist da direkt neben mir. Und ich... Ja, ich hätte Snail... Ich habe halt gedacht, er hätte das mitbekommen. Ja, ich habe erst auf dich geschossen, weil du der gefährlichere warst. Wieso der gefährlich? Wie gefährlich, ey? Der gefährlichere. Ja, ja, ja. Weil du nicht mitbekommst, ne. Das Ecklöde ist, die Waffe macht keinen Insta-Headshot. Die macht keine 100 Dämmer. Oh, komm mal her, komm mal her. Hm? Insta-Headshot ist das die neue Schachtwerfer von Instagram? Ich dachte, die Waffe macht genauso viel Schaden wie die, aber macht's nicht. Schade. Ey. Hab ich feingemacht, ne? Kann das nicht, ne? Theoretisch könnten wir eigentlich RTV machen. Das ist eine Dose. Ach, Letzson oder was? Das ist eine Dose. Oh, geh weg. Geh weg. Ja, toll. Ade. Ja, wir müssen sich immer noch oben. Wieso? So, geh weg. Ach, so. Auf einmal. Ich hab grad RTV eingegeben, Andi. Hast du, ne? Wo geht'n Chat, er hat's rekt. Nein, hat er nicht. Hat er. Also ist es Andi. Okay. Ja. Das ist, ne. Das gefällt mir überhaupt nicht, was du da oben abziehst. Verlebt mal, Drummer wieder. Mach gar nicht. Ey, ist Andi jetzt zurück. Weißt du was? Was? Wenn der auf mich schießt, bringe ich dich um. Wenn der auf mich schießt, bringe ich dich um. Wenn der auf mich schießt, bringe ich dich um. Ich habe dich zu sagen. Er wollte schießen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, ich mache. Ich tue grad eben nur noch einen anderen töten. Mein Koma ist am Arsch! Ne. Das ist, was auch nie runtergehe. Was? 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 Ich wüsste. Geh weg? Geh weg. Geh weg. wo bist du überhaupt? ja das wüsstest du wohl gerne, aber ich will nicht checkliff ich finde dass du dich hoch gehörst ich finde dass du Andi erledigen kannst ja der hat sich gut scheiße gebaut heute ich hab doch mal an das ist Wasser, das ist nicht schlimm Andi ist, Andi ist enorm ah ich glaube mein war zieler mein war hat nicht geschossen warum das denn? ok wann war es das? ja also ehrlich der war da hinten bei den Häusern schmutzige Unterstellung hier das ist ja mal die Höhe ist das die Höhe wo? wann war es beim Schiff? beim Schiff? beim Schiff ist das jetzt nicht gewesen ich hab Schiff gesagt und Nudeln also ich hab Schiff verstanden du Nudelsalat Alter, das hast du jetzt nicht gesagt das hast du nicht gesagt das war jetzt schon hart ich weiß oh eh das immer noch nicht zielt das ist schlimm ja ich hab Zeit ne ich kann mir das vorstellen dass er da wieder ist ja das ist äh hm du hast Lieferfrust naja ich weiß ja vielleicht trifft es und ja äh ja ich bin fast tot was was? wo sind da hin? ich bin ein Geist bin ich umsonst Detektiv da ist die Ratte hm das ist natürlich sonderbar ah Punkte danke Habe ich gerade gelesen Habe ich gerade gelesen Goomis Traitor hm ja was ich töten ja was ich töten das bringt sich hm das klappt glaube ich technisch nicht hm 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 das ist ne langweilige Schnecke du ja ich muss gerade nachdenken oh ja er ist da auch noch wieder hm wie ich meine Chancen naja aber diese Augen die verzieht so übel da legt ein Zehau ja der Oskope ist das viel besser naja 6 Leben oh oh Casino 8 teams ja ich find mein Chef gut ja mein Chef die hatten wir doch jetzt der Folge ich würde sagen tschau bis zum nächsten mal und tschüss tschüss tschüss